Hey Mann, willkommen zurück. Das letzte Mal aus der sicken Airbnb-Wohnung. Ich werde es hier vermissen. Für mich geht es zurück nach Berlin und heute soll es darum gehen, Frauen ansprechen und wie es dir viel leichter fällt. Ich hoffe, man erkennt es ein bisschen hier in meinem Gesicht. Ich komme ein bisschen näher. Wie es dir viel leichter fällt, Frauen anzusprechen. Ich war gerade unterwegs und war trainieren und zwar trainiere ich gerade für den Sportaufnahmetest im Winter. Und früher, das muss, also das, was ich jetzt erzähle, hat was mit dem Thema von Leuten zu tun. Ich erkläre dir heute, wie du es schaffst, leichter Frauen anzusprechen, was die größten Probleme der meisten Leute sind und wie du es hinbekommst, diese Probleme aufzulösen. Zurück zu meiner Geschichte. Ich mache also oder bereite mich auf diesen Sport-Eignungstest vor und dazu musst du wissen, wenn du das nicht schon weißt, ich war früher eher so ein dicker Junge und Sport war ganz klar meine schwächste Sache. Und mit der Zeit, um abzunehmen, habe ich dann mehr Sport gemacht und seitdem ist Sport so ein Bestandteil meines Lebens. Ich habe jetzt aber gemerkt, wo ich mich auf den Sport-Eignungstest vorbereite, dass da doch noch ganz andere Höhen gefragt sind und dass mich das wirklich an und vor allem weitaus über meine Grenzen bringt. Und dann war ich heute beim Lauftraining. Es ist ein Sprintlauf, den ich trainieren muss, wo ich zeitlich noch nicht dran bin, aber hinkommen werde. Ich habe aber gemerkt, während ich gelaufen bin, dass Widerstände kamen. Also Widerstände so, ich habe keinen Bock mehr und Zweifel, schaffst du das und wenn du es nicht schaffst und Ängste und Aufgeregtheit. All diese Emotionen kamen hoch. Und all diese Emotionen kommen auch hoch, wenn du rausgehst, auf die Straße und Frauen ansprichst. Und deswegen lassen sich diese Sachen so wunderbar miteinander verbinden. Es ist sowieso immer wieder toll, auf wie viele Gebiete des Frauen ansprechen generell immer übertragbar ist. Ich hatte also diese Emotionen, diesen Widerstand, diese Angst, diese Nervosität und auch den Zweifel, ob das funktioniert. Und wenn du Frauen angesprochen hast, dann hattest du bestimmt auch schon mal eine dieser Sachen oder vielleicht mehrere, vielleicht alle im Paket. Und die erste Runde, die ich gemacht habe, beziehungsweise das erste Mal, wo ich versucht habe, die Strecke zu laufen, die ich laufen wollte in der dazugehörigen Zeit. Ah, Sushi essen. Also, das erste Mal, als ich es probiert habe, habe ich versucht, gegen diese ganzen Sachen anzukämpfen. Im Sinne von, okay, ich habe sie runtergedrückt, den Widerstand weggedrückt, die Schwäche, die Zweifel der Gedanken weggedrückt. Und habe gemerkt, dass mich das unglaublich viel Kraft gekostet hat. Also, es hat Kraft gekostet, diese Sachen runterzudrücken. Ist ja ganz klar, ne? Da kommen diese Sachen hoch und du bist so, nein, die will ich nicht. Und musst psychische Kraft aufwenden, das runterzudrücken. Und ich habe gemerkt, wie mich das enorm bei meinem Lauf behindert hat. Also, es hat mich einfach schwächer gemacht. Es hat mich langsamer gemacht. Es hat mir die Energie geraubt, vor allem hier oben. Und habe mich nur noch schnell an den Punkt gebracht, dass ich nicht mehr konnte. Mehr so kopfmäßig gesehen. Und dann habe ich mir überlegt, ha, das machst du doch so beim Frauenansprechen auch nicht. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Und das ist auch das, was ich dir empfehle, wenn dir Frauenansprechen schwerfällt, wenn du da Probleme mit hast. Und wenn diese Emotionen kommen, man nennt das auch Ansprechangst. Ja, das ist für dich vielleicht mehr ein Begriff. Wenn diese Emotionen kommen, dann musst du Folgendes tun. Nicht diese Emotionen wegdrücken, nicht runterdrücken, nicht den Widerstand, die Angst, das Unsichersein nicht wegdrücken. Sondern du musst dich damit verbünden. Und das klingt so blöd, aber ich bin dann wirklich über diesen Laufplatz gegangen und habe mir die ganze Zeit selbst mantra-mäßig gesagt, ich kann es nur als Team schaffen, nicht wenn ich gegen mich bin. Ich kann es nur als Team schaffen, nicht wenn ich gegen mich bin. Und dann bin ich gelaufen und dann bin ich in eine wunderbare Zeit gelaufen. Und das war wirklich relativ einfach. Natürlich kamen diese Widerstände. Natürlich kamen diese Zweifel. Auch während des Laufs wieder. Oh, nee, ich will aufhören. Oh, das ist so anstrengend. Weil es wirklich anstrengend war. Aber ich habe die da sein lassen. Ich dachte mir, yeah, das gehört dazu. Teil des Teams. Auch diese Ängste, auch diese Schwächen, auch diese Widerstände, diese Zweifel sind Teil des Teams in diesem Moment. Die dürfen gerne da sein. Und dann habe ich sozusagen als integrierte Person, als gesamter Energieklotz-Boom durchgepressert. Und bin wirklich in eine sehr, sehr gute Zeit gelaufen. Und es war so viel einfacher als das Mal davor, wo ich mich gegen diese ganzen Sachen gestemmt habe. Das kannst du übertragen auf das Frauen-ansprechen. Denn natürlich, wenn man anfängt, Frauen anzusprechen, dann ist das eine schwierige Situation. Dann hat man Angst, da hat man Zweifel. Dann funktioniert es vielleicht mit der einen Frau nicht. Dann sind die Zweifel nur noch mehr da. Und was du nicht machen solltest, ist, diese Zweifel wegzuschieben. Sondern integriere sie. Nimm sie an. Sieh, dass sie Teil des Teams sind. Das sind einfach nur Anteile in dir, die dir helfen wollen, damit du dich besser fühlst. Damit du geschützt bist. Das sind einfach nur Anteile in dir. Nimm diese Anteile, sag, hey, die sind auch Teil meines Teams. Sie sind natürlich nicht der einzige Teil meines Teams. Weil hier ist auch diese andere Seite, die einfach durchballern will, die es schaffen will. Die weiß, dass es funktioniert. Aber hier ist auch vielleicht noch eine Zweifelseite. Und du wirst diese Zweifel, du wirst diese Widerstände, diese Ansprechangst, wie sie ja auch oft genannt wird, nicht loswerden, wenn du immer Widerstand dagegen gibst. Weil diese Sachen können nicht rauskommen, wenn du hier oben einen Deckel drauf machst. Stell dir vor, die ganzen Sachen sind in so einer Box und du machst die ganze Zeit einen Deckel drauf. Da kann das ja nicht rauskommen. Stell dir vor, wie ein Gas das rauskommen möchte und du machst einen Deckel auf diese Box, dann kann es nicht austreten. Wobei, wenn es Gas ist, kann es vielleicht auch austreten. Aber du verstehst, was ich meine. Und deswegen musst du, wenn du erfolgreiche Frauen ansprechen willst, wirklich in den Momenten, wo du merkst, hier ist die Angst, hier ist die Aufgeregtheit, hier ist der Zweifel an mir, das ist auch ganz normal, musst du in diesen Momenten diese Sachen integrieren, die zum Teil deines Teams machen, zum Team Tim, zum Team Du. Wer auch immer da ist. Auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt. Mach sie zum Teil deines Teams und dann werden sie dir helfen, statt gegen dich zu arbeiten. Dann musst du nicht gegen dich arbeiten, sondern mit dir als Team. Du bist dein eigenes Team, nicht ohne mein Team. Kennst du das auch. Oder auch nicht. Und deswegen, wenn du erfolgreiche Frauen ansprechen willst, nimm diese Lektion mit. Du kannst sie, wie du jetzt gerade an meinem Beispiel gesehen hast, auch in alle anderen Lebensbereiche übertragen. Denn egal, was du lernst, egal, was du Neues anfängst, da werden immer Ängste, Zweifel mit dabei sein. Übertrag es einfach in alle anderen Lebensbereiche. Stell dich nicht gegen diese Sachen. Dann integriere sie und dann kannst du mit gebündelter, ganzer Kraft, mit gebündelter, ganzer Power die Frauen ansprechen. Wenn du zu dem Konzept auch eine Frage hast, dann weißt du, wo du diese Frage hinschreiben musst. Nämlich in die Kommentare. Schön, dass du da warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du die drei mächtigsten Anziehungsschalter runterladen. Wenn du das noch nicht getan hast, das ist gratis. Das ist mein Startdokument. Wenn du anfängst mit dieser ganzen Sache, auch wenn du vorgeschrieben bist, lade dir dieses gratis PDF-Dokument runter. In dem PDF-Dokument zeige ich dir die drei mächtigsten Anziehungsschalter, die Anziehung bei Frauen erzeugen. Unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video. Das ich dir empfehle, wenn dir das Video gefallen hat, schau unbedingt mal vorbei. Geheimtipp für dich. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschau.